Aber heute werden wir das noch mal probieren, weil Martin Grubinger muss heute die Sarah's Music Horn Challenge machen. Martin, auf dem Wienerhorn. Here we go. Fantastisch. Darf ich das spielen jetzt? Ja, bitte. Und was soll ich spielen? Ja, also zweiter Maler, Schluss. Oh, okay, ich probiere es mal. Ich habe noch nie mal gespielt. Darf ich wirklich? Schiefluft holen. Also Placido hat schon Konkurrenz, muss ich sagen. Und Bells Up? Bells Up, ganz genau. Oh, 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 oh.